Die offiziellen Feierlichkeiten für Finnlands Unabhängigkeits-Fahrtage bekommen. Warten runter! Auf den Boden! Sie haben die Server-Alarm gelegt. Alle Datenverbindungen sind offline. Ich fordere die Freilassung meines Vaters. Der gesamte Luftraum über Helsinki wurde soeben gesperrt. Gehen Sie da raus. Jetzt! Herr Präsident! Wie wissen wir, Sylvia ist? Wie es aussieht, wurde sie nicht zufällig ausgewählt. Wie es aussieht, wurde sie nicht zufällig ausgewählt. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist es?